Wir willkommen zu der zweiten Sitzung, wo es über die Blutslinie der Generationen hinweg geht. Wir sprechen darüber, warum es eine Notwendigkeit besteht, über die Blutslinie in einer Familie Buße zu tun. Der Schlüssel ist, dass wir in Übereinstimmung sind mit der Fürbitte, die Jesus tut für die Nationen. Und wenn Einzelne für ihre Blutslinie Buße tun, dann bringt es einen gemeinsamen Segen für eine ganze Nation. Und eine weitere Frage dazu ist natürlich, wo steht es in der Bibel, dass wir für Sünden Buße tun sollen, die wir selber gar nicht begangen haben. Aber es gibt viele Beispiele in der Bibel. Ich denke, Daniel 9 ist eines der besten Beispiele. Daniel war in Gefangenschaft in Babylon. Und er las im Buch Jeremia. Und er hat da gelesen und erkannt, warum die Juden überhaupt in die Gefangenschaft geraten waren. Und es war wegen der Sünden der Vorfahren. Und sicherlich auch für seine eigene Blutslinie. Und es heißt, dass er den Herrn gesucht hat im Gebet und Fürbitte. Und er hat sogar gefastet in Sack und Asche. Und er hat Buße getan, er hat Dinge bekannt und er hat nach Gott gerufen. Und er tut Fürbitte anhand der Bündnisse, die Gott mit dem Volk geschlossen hat. Denn Daniel wusste, dass der Herr vergeben würde. Und Jonah wusste dasselbe auch. Wenn man Buße wirklich versteht, dann dürfen wir wissen, dass Gott vergibt, dass er wirklich vergeben möchte. Und im Vers 5 in diesem Kapitel, da lesen wir, wie er betet und wie er sagt, wir haben gesündigt. Er sagt, wir haben Missetaten begangen. Und wir waren boshaft und wir haben rebelliert. Und wir sind von den Geboten des Herrn abgewichen. Daniel selber war nicht schuldig, hat diese Sünden nicht begangen. Aber es war in seiner Blutslinie die Leute vor ihm, die vor ihm gelebt hatten. Und in Vers 9 sagt er dann, dass Barmherzigkeit und Vergebung dem Herrn gehören. Und in Vers 16 erklärt er dann, dass der Zorn Gottes abgewandt wurde. Das legale Recht, solch eine Proklamation machen zu können, kann nur einer Buße nachfolgen. Und Daniel hat sich selber da eingeschlossen in dieser Buße. Er hat es verstanden, was es heißt, zu den Übertretern dazugezählt zu werden. Wenn wir für unsere Blutslinie Buße tun, dann identifizieren wir uns da mit diesen Sünden, die geschehen sind. Denn wir repräsentieren diese Blutslinie im Geist. Und in Vers 19 proklamiert Daniel, Da sagt er, O Herr, höre uns. O Herr, vergib uns. Und Herr, höre und geh in Aktion. Wie konnte Daniel diese Proklamationen machen? Denn er wusste, dass durch seine Buße er jetzt Gnade hatte vor dem Thron Gottes. Und Daniel ist da mutig gestanden und hat diese Dinge proklamiert. Und was ich an dieser Geschichte wirklich liebe, ist, dass nachdem er Buße getan hatte, da kam sofort der Engel Gabriel zu ihm. Und wahre Buße, da wird sich dann etwas bewegen im Bereich des Geistes. Und Offenbarungen und Botschaften und auch Anweisungen werden vom Herrn freigesetzt. So, dass man weiß, wie man von da jetzt weitergehen kann. In Offenbarungen, Kapitel 2, da hat Jesus zu der Gemeinde in Ephesus gesagt, Und da hat er ihnen gesagt, sie sollen Buße tun und dann wieder zurückkehren zu diesen Dingen, die sie vorher getan hatten. Das hat er ihnen gemeinsam aufgetragen. Und doch hat es Beinhalt, dass jede einzelne Buße getan hat. Ihre Verhaltensmuster hatten sich in Richtung Sünde geneigt. Und das ist ein Bild dafür, wie diese Missetaten von den Vorvätern weitergegeben werden. Und oftmals sagt Jesus in den Zentschreiben, dass sie Buße tun sollen. Wenn wir Jesus in den Evangelien lesen, das sehen wir ihn nicht unbedingt so, wie das in Offenbarung der Fall ist. Aber wenn der Jesus in den Evangelien nicht der gleiche wäre wie in Offenbarung, wir müssen uns das Ganze anschauen. Es zeigt die Fülle von Jesus. Und wahre Buße, das befasst sich auch mit Blutslinie, dass da einfach Reinigung hineinkommt. Und dann haben wir das Recht, vor Gott zu stehen. Und wir können diese Themen, die über Generationen hinweg waren, brechen. Und dann in ein Generationssegen hineingehen. Tue einfach diese einfachen Schritte. Und tue einfach Buße für die Sünden in deiner Familie, die dir bekannt sind. Und bitte den Heiligen Geist, dass er dir alles offenbart, was da noch verborgen ist. Denn der Geist Gottes, er durchsucht und durchforstet alles. Und möge der Herr dich stärken, während du dich mit diesen Themen in deiner Blutslinie beschäftigst. Und dann in der Nacht. Und dann in der Nacht. Und dann in der Nacht. Vielen Dank.